Nummer 3. Elektrische Fräse mit einer Leistung von 1500 Watt. Sie bietet eine Arbeitsstiefe von 22 cm. Mit 6 rotierenden Messern verfügt sie über eine hervorragende Wärmeableitung, die das Gerät vor Überhitzung schützt und eine längere Lebensdauer gewährleistet. Leicht und ausgewogen, mit doppelten, rutschfesten und ergonomischen Griffen. Die Elektrofräse ist klappbar und hat zwei Stützräder für mehr Komfort und geringeren Kraftaufwand bei der Benutzung. Ein doppelter Sicherheitsschalter stoppt die Messer bei versehentlichem Einschalten. Ideal für die schnelle Vorbereitung und Umrandung des zu bearbeitenden Bodens vor der Aussaat. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Elektrofräse mit leistungsstarkem 1500 Watt Motor. Mit Anti-Blockier-Kupplung für schwierige Böden. Auch für Lehmböden geeignet. Die Transporträder sind perfekt, um die Fräse von einem Ort zum anderen zu bewegen. Platzsparendes Design. Nach dem Gebrauch lässt sich die Elektrofräse leicht und platzsparend verstauen. Der Rahmen lässt sich leicht zusammenklappen. Sie verfügt über eine Schutzplatte gegen Stein- und Erzpritzer, einen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten und ergonomische Griffe für müheloses Arbeiten. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1. Elektrische Bodenfräse für Gemüsegarten, Garten, Obstgarten. Ideal, um den Boden effizient zu bewegen. Sie hat eine Leistung von 1500 Watt. Diese elektrische Bodenfräse ist leicht und komfortabel, wird von einem leistungsstarken Universalmotor angetrieben und verfügt über sechs robuste Fräsen, die ideal für die Bearbeitung von Böden bis zu einer Tiefe von 22 cm sind, einschließlich steiniger, harter und trockener Oberflächen. Sie verfügt über einen Zweipunkt-Sicherheitsschalter, der die robusten Bodenfräsen anhält, sobald er losgelassen wird. Die höhenverstellbaren Räder ermöglichen einen einfachen Transport des Geräts. Der klappbare, ergonomische Griff garantiert eine bequeme Handhabung. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Den Link für das Kitabawa Den Link für das Kitabawa